Findest du manche Menschen egoistisch? Oder ärgerst du dich sogar manchmal über dich selbst, weil du in gewissen Situationen eher egoistisch als umsichtig gehandelt hast? Hier in diesem Video erkläre ich dir drei relevante Merkmale, die man im Gesicht erkennen kann und die etwas mit Egoismus-Themen zu tun haben. Los geht's! Mein Name ist Anita Horn-Link, ich bin Coach und Ausbilderin für Face Reading und Psychophysiognomik und damit du alle Areale, die ich hier erkläre, gut verstehst und nachvollziehen kannst, werde ich dir immer wieder Fotos aus meinem Lehrbucheinstieg in die Psychophysiognomik einblenden und auch Illustrationen aus meinem Kartenset Liebevolles Selbstmanagement mit der Psychophysiognomik. Das erste Areal, was wir uns im Gesicht anschauen, ist die Nase. Die Nase ist das Ausdrucksareal für die Profilierung unserer Persönlichkeit im Leben. Und die Nase kann unterschiedliche Formen haben natürlich, aber wir schauen jetzt mal auf die Größe der Nase. Hier auf diesem Foto kannst du es sehen. Da gibt es eine kleine Nase zu sehen, eine mittelgroße und auch eine große Nase. Und wir setzen das immer ins Verhältnis zu den anderen Gesichtstritteln, also Stirn und Untergesicht, um genau herauszufinden, wie groß ist die Nase bei einem Menschen proportional. Hat ein Mensch eine große Nase, dann hat er das Talent, die Nase vorn haben zu können, eben auch in den Vordergrund gehen zu können, in die erste Reihe sich zu zeigen, auch mal den Ton anzugeben, auch mal Führungsverantwortung zu übernehmen. Und das ist wohlgemerkt ein Talent, denn solche Menschen brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die eben auch diese Kraft haben, als Frontfrau oder Frontmann da zu stehen und eben auch zu wirken. Wenn wir aber ganz anders gestrickt sind, wenn wir zum Beispiel ein zurückgenommenes Kinn haben oder eine kleine Nase, dann empfinden wir diese Kraft einer großen Nase manchmal als herausfordernd. Und es ist ganz leicht, dann auch eine Bewertung hinterher zu schicken, nämlich zu sagen, das ist egoistisch, weil ich mit meiner Zurückhaltung werde gar nicht berücksichtigt oder ich mit meiner Sensibilität. Aber der Mensch besteht ja nicht nur aus Nase, das muss ich natürlich hervorschicken. Auch eine große Nase hat ganz viele andere Areale, auch noch die im Zusammenspiel mit dieser Nase wirken. Aber wenn grundsätzlich viel Kraft und eben auch der Zug nach vorne da ist, dann suchen diese Menschen eben auch die Bühne. Und es ist manchmal auch nicht leicht, mit der Energie einer großen Nase umzugehen, weil du weißt, man hat sich die Nase nicht ausgesucht. Die ist dann da und man muss mit ihr klarkommen. Und in der Zeit, als ich noch Berufsberatung gemacht habe mit Jugendlichen, habe ich ganz oft junge Menschen gehabt mit einer großen Nase, die völlig überfordert waren von dieser Kraft, die immer gemerkt haben, es zieht sie nach vorne, sie müssen immer das letzte Wort haben oder sie sind einfach, das drängt sie so nach vorne, obwohl sie selber unsicher waren. In der Pubertät ist man ja noch nicht so richtig Fisch und Fleisch und hat eigentlich gar keine Lust, sich zu zeigen. Aber die Kraft war da. Also auch eine Herausforderung. Und da gab es jetzt keine Willensentscheidung, ich will nicht so sein, sondern man muss lernen, mit diesen Kräften umzugehen und sie auch zu harmonisieren oder eben auch gewinnbringend für sich zu nutzen. Und deswegen ist Verständnis immer wichtig, auch wenn du selbst eine große Nase hast und vielleicht oftmals denkst, das überfordert mich diese Kraft und nur vielleicht, weil ich es kann und weil ich es ein paar Mal gemacht habe, werde ich jetzt immer wieder auch in diese Rolle gedrängt oder ich bin da verhaftet, aber es ist auch nicht das alleine, was mich ausmacht, dann ist das vielleicht auch eine wertvolle Info für dich. Also eine große Nase hat das Talent zu führen, aber sie kann natürlich auch überpacen, diese Nase. Sie kann sich auch verselbstständigen und anderen den Raum wegnehmen oder eben auch so dominant sein, dass andere eben das Gefühl haben, da ist Egoismus im Spiel, da denkt jemand nur an sich und zieht sein Ding durch, ohne links und rechts zu schauen. Aber wie gesagt, es ist immer auch das große Ganze anzuschauen und wir dürfen uns immer so sehen, wie wir sind und versuchen, das gut zu machen, weil dafür haben wir die Verantwortung, das kann kein anderer machen und natürlich auch andere Menschen mit Verständnis anzuschauen. und das hilft uns auch, uns dann nicht irgendwie klein zu fühlen, weil jemand mit einer großen Nase dies und das tut, sondern wir haben dann eben andere Stärken und die dürfen wir ja auch zum Ausdruck bringen, ohne uns sagen zu lassen, du immer, weil du jetzt so toll Klavier spielen kannst, wie doof ist das denn? Lass das doch mal. Nein, denn ja, die große Nase hat auch eben ihre Berechtigung. Kommen wir zum nächsten Areal, dem Kinn. Ein Kinn kann nach vorne springen, so wie hier auf diesem Foto. Und das bedeutet, ein Mensch hat das Talent des Tatimpulses. Er ist schnell in der Aktion. Er hat den Impuls, reinzuspringen ins Tun und eben auch schnell zu agieren. Und wenn dieser Mensch mit einem, ja, anderen Menschen zusammen ist, der eher ein zurückgenommenes Kinn hat, dann kann dieser Mensch mit dem zurückgenommenen Kinn, der das Talent des geduldigen Abwartens, das eben sich auch mal zurückhaltens hat, schon auch wieder diese Wertung auftauchen. Das hervorspringende Kinn ist egoistisch. Das drängt sich in den Vordergrund. Das macht einfach, ohne eben auch zu berücksichtigen, dass es noch andere Menschen gibt, die vielleicht auch gern dabei wären, aber nicht so schnell sind. Aber das Tatimpulskinn ist, wie es ist. Und natürlich kann man auch da wieder dieses Kinn egoistisch nutzen, dass man sagt, boah, klasse, dass ich so bin. Ich finde mich super toll, dass ich immer so reinspringe und so tatkräftig bin und auch so spontan bin und Gott sei Dank und die anderen tun mir leid, die nicht so sind. Natürlich, das geht auch. Aber es ist meistens so, dass diese Menschen eben das auch nicht so bewusst tun, sondern einfach so sind, wie sie sind. Und das sollten wir immer auch auf dem Schirm haben, dass bevor wir urteilen, da macht das jemand aus wirklich egoistischen Gründen, weil er sich den Raum alleine spielen will, weil er wirklich egozentrisch ist, weil ihn die anderen gar nicht interessieren, weil es kann sein, dass man so ein Kinn hat und trotzdem eine hohe Stirn, eine Du-Orientierung oder sehr achtsam ist und, und, und. Also wir bestehen ja so aus vielen, vielen Arealen. Aber das Kinn ist das Kinn. Und mir hat das Kinn schon oft geholfen, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, weil ich es ab und zu mal erzählt habe, wenn ich auf Bühnen stehe und freiwillige TeilnehmerInnen auf die Bühne bitte, um sie zu lesen, dann ist das, der Erste braucht schon ein bisschen Mut und eben auch Tatimpuls. Denn man weiß nicht so richtig, was kommt auf einen zu. Und ich gucke immer in den ersten Reihen, wer hat solch ein Kinn? Und da lasse ich mal den Blick etwas länger drauf ruhen. Und meistens sind diese Menschen auch bereit, sagen, ach ja, ich mach's, die Arme da oben, komm, ich schau. Zack. Auch so natürlich aus der Aktion heraus. Und da bin ich ganz dankbar, dass es diese Menschen gibt, die dann eben nicht zu zögerlich sind und zu viel nachdenken und eben auch beherzt Ja sagen. Also es hat so viele Komponenten, aber wie gesagt, es kann auch in eine Richtung gehen, die man vielleicht selber als Träger eines hervorspringenden Kinds gar nicht gut findet. Und auch da ist die Verantwortung immer bei dir selbst, zu justieren und zu sagen, nimmt dieses Kind vielleicht zu viel Raum ein, kann ich mal schauen im Gesicht, was es anderes noch gibt, was darunter leidet, was auch mal zur Geltung kommen will, weil du bist der Regisseur und die Regisseurin deines Lebens und darfst mit deinen ganzen Anlagen so umgehen, dass sie wirklich gewinnbringend und für dich eben auch, ja, gut agieren, zusammen auch, ja, weil jedes Areal ist auch richtig und ist kraftvoll für dich. Und in meinen Ausbildungen ist mir immer so wichtig, dass wir diesen neutralen Blick lernen auf die Areale, weil wir bringen ja auch immer unsere eigenen Bewertungen mit, ja, und unsere eigenen Erfahrungen. Und meistens finden wir uns auch tolerant und großzügig, aber oft müssen wir feststellen, nee, sind wir gar nicht, ja, weil wir diese, ja, weil wir schon auch mit unserer eigenen Brille schauen, in unserem eigenen Saft schwimmen. Und da hilft es einfach wirklich diesen Blick auch auf einen Menschen zu haben, zu sehen, was ist und nicht, wie finde ich das? Oder direkt schon sich verleiten zu lassen, eben zu bewerten. Und so ist es eben auch mit dem Egoismus. Natürlich kann man solchen Menschen auch Grenzen setzen, darum geht es ja nun nicht. Aber wir müssen uns nicht getriggert fühlen und auch vielleicht auch zurückgesetzt fühlen oder uns auch verunsichern lassen, sondern wir können bei uns bleiben dabei, wenn wir so etwas sehen. Und das ist super, weil wir nicht das Gefühl haben, es hat was mit uns zu tun, sondern der Mensch ist so, wie er ist. Und ich kann mich dann in Ruhe dazu positionieren. Das nächste Areal, was wir uns anschauen, ist ein Areal am Hinterhaupt. Das ist quasi dieser Bereich hier. Ich muss mal hier, genau. Und ich blende dir hier auch ein Foto ein, wo du die drei Bereiche des Oberhaupt siehst und der hintere Bereich, davon rede ich jetzt. Und zwar ist es der Bereich, wo das Ich verortet ist. Und Ich ist das deutsche Ego. Und das heißt, wenn dieser Bereich hinten kraftvoll ist, also wenn wir da eine Wölbung haben, wenn sich dieses hintere Oberhaupt nach außen wölbt und wirklich gut sichtbar ist, dann hat ein Mensch ein starkes Selbstbewusstsein. Und das ist ja erstmal toll. Das wünschen wir ja uns alle. Also, dass wir selbstbewusst sind, dass wir eben auch zu uns stehen, dass uns Selbstbewusstsein heißt, sich unserer Stärken auch bewusst sein und so weiter. Aber wenn dieses Selbstbewusstsein sehr stark ausgeprägt ist, kann es auch zur Selbstüberschätzung führen. Und das bedeutet dann auch, dass es eben nicht so positiv ist, dass Menschen dann auch nicht mehr sehen, was geht hier eigentlich ab. Ja, also, dass sie wirklich zu sehr mit ihrer Position verhaftet sind. Und es gibt wirklich im Sport und in der Politik einige Menschen, wo man sich fragt, warum treten die nicht zurück? Das kann doch nicht sein, dass die nach solchen Skandalen und so weiter immer noch da an dieser Position sind. Und als Face-Reader können wir das oft an so einem Hinterhaupt festmachen, dass Menschen da auch nicht von weg kommen von diesem ja tatsächlichen Selbstüberschätzungsthema. Das kann auch sehr negativ sein für jemanden. Selbstbewusstsein ist gut. Das bringt einen natürlich irgendwo auch nach vorne. Aber Selbstüberschätzung hat oft zur Folge, dass man irgendwie ganz oben vielleicht hinkommt damit, aber dann auch tief fällt, wenn man eben zu weit geht. Also, da ist auch ganz wichtig, dass man justiert und dass man eben dieser Kraft nicht zu viel Raum gibt, sondern dass man sie als Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl schätzt und nutzt, aber eben nicht als, ja, egoistische Selbstüberschätzung. und weil es so schön ist, kommt natürlich noch ein Areal. Ich bleibe ja nie bei meinen Dreien, weil es ist einfach so schön, darüber zu sprechen und natürlich auch dir dieses Wissen mitzugeben. Aber vorher vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und schenkt mir natürlich auch gerne ein Like, wenn dir das Video gefallen hat und dir auch weiterhilft. Damit unterstützt du mich sehr. Ich möchte dir noch die Bedeutung des Jochbeins etwas näher bringen und zwar ist das dieser Knochen im Gesicht. Auch der kann mit einem durchgehen, denn der steht für Kampfgeist und Beharrlichkeit und den Wunsch, seine eigene Originalität zu entwickeln. Und in diesem Jochbein sitzt ganz viel Energie, also Menschen, die ein breites Jochbein haben, die bleiben wirklich dran, die sind auch hartnäckig, auch im Verfolgen ihrer Ziele. Und auch wenn das ganz positive Ziele sind und wenn es Ziele sind, die auch eigentlich niemandem zu Leide tun, kann es natürlich auch für andere Menschen schwierig sein, damit umzugehen, weil es auch eben eine sehr starke Kraft ist und wenn man sie nicht hat, leicht in die Bewertung kommt, ja, der zieht sein Ding durch, durch die zieht ihr Ding durch und macht eben einfach kämpferisch stur auch einfach ihr Ding. Aber im Prinzip ist es eben wirklich eine Kraft, die hilft, auch etwas auszuhalten, etwas durchzubringen. Hier auch nochmal die Fotos zum Verständnis, ein breites Jochbein, was sich auch ein bisschen nach vorne wölbt und eins, was eher breit nach hinten, also in der Breite hinten die Dominanz hat, das kann besser aussitzen und aushalten. Also, diese Kraft ist auch oftmals mit Egoismus-Themen behaftet. Also, oft habe ich erlebt, dass Menschen diese Kraft eben auch nicht wertschätzen, weil sie damit auch keine guten Erfahrungen gemacht haben oder das Gefühl haben, ja, sie sind anderen zu viel oder immer, wenn sie sich auch für was einsetzen, dann ecken sie an und so weiter. Das kann man alles justieren, aber am besten ist es natürlich, man nutzt diese Kraft positiv und weiß um sie, das ist ja immer schon mal der erste Schritt und kann auch bei anderen Menschen eben sehen, ah, ein breites Jochbein, da ist eben auch dieser Zug dahinter, da ist eben auch dieser Kampfgeist und diese Beharrlichkeit dahinter, muss ich mir keine Gedanken machen, hat nichts mit mir zu tun, dieser Mensch tut einfach das, weil es ihm ins Gesicht geschrieben steht. Also, das auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, immer wieder auf unseren Blickwinkel und am allerbesten ist es, du schaust auf dich und schaust, was du alles Tolles hast, um eben auch dem ganzen Vergleichen und dem ganzen ich bin nicht richtig und ach, warum kann ich nicht so sein und warum ist der so kraftvoll da und hier und warum lasse ich mich immer unterbuttern, um dem ganzen was entgegenzusetzen, dass du weißt, wie du bist, dass du eben dein Selbstwert dein Selbstbewusstsein auch aus diesem Bewusstsein stärkst und es gibt, wenn du darüber und wenn du darüber mehr wissen willst, dann schau mal unter dem Video, ich gebe immer wieder Veranstaltungen kostenlose, wo ich auch Menschen lese, wo wir miteinander eben auch das Face Reading praktizieren, ganz unterschiedliche, also ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal begegnen und du kannst natürlich auch ein Face Reading buchen, auch das kannst du auf meiner Webseite natürlich sehen. Wir kommen aber jetzt noch so zu zwei, drei Impulsen, die ich dir geben will. Es gibt auch noch ein Areal, was auch etwas mit Egoismus-Themen zu tun hat. Über das habe ich schon öfter gesprochen und wenn du mir schon länger folgst, wirst du das kennen und zwar ist es ein Kommunikationsareal am Ohr und Menschen, die dieses Areal haben, haben mir auch oft in Beratungen gespiegelt, dass sie von anderen Menschen oft als raumgreifend und eben egoistisch wahrgenommen werden und deswegen dieses Talent nicht mehr leben und das ist ganz schlimm, weil alles, was am Ohr ist, ist ein seelisches Bedürfnis und das will gelebt werden und ich blende dir hier für dieses Areal kein Foto ein, weil es gibt ein Video, wo ich ausführlich über dieses Areal spreche und das blende ich dir hier ein und da kannst du mal drauf gehen und schauen. Also auch das ist ein Thema, dass wir, wenn wir merken, wir kriegen negative Resonanz, auch eine Kraft in uns zurückfahren, was uns gar nicht gut tut und eben auch bei geliebten Menschen dürfen wir da hinschauen und unterstützen und gegebenenfalls eben auch Menschen in ihr So-Sein führen und mit sich versöhnen und wenn du dazu Lust hast, Face Reading zu lernen, dann komm in die Ausbildung zum Face Reading Coach. Es starten immer wieder Gruppen und auch das erfährst du hier rund um dieses Video, wann der nächste Start ist und ich würde mich total freuen, wenn du Feuer fängst, wenn du diese Videos siehst oder dieses Video siehst und Lust hast, dieses Wissen in die Welt zu tragen, denn es ist ein Friedenstool, wir müssen nicht in unseren Urteilen und in unserem Recht haben fest hängen, sondern wir können uns daraus lösen, wenn wir das Face Reading nutzen und es geht oft so schnell und es ist so eindeutig und so direkt und das ist mein Herzenswunsch, ganz viele Menschen in diese Situation zu versetzen, dass sie sich nicht mehr unterbuttern lassen, dass sie sich nicht wertlos fühlen und eben auch ihr Potenzial erkennen und das Potenzial des Anderen anerkennen und der Anderen anerkennen und wir so eben ein friedliches Miteinander leben. Das ist meine Vision und wenn du Lust hast, diese Vision auch mitzutragen, dann kontaktiere mich. Ich freue mich auf dich und bis wir uns irgendwann begegnen, alles Liebe und denk immer dran, vertrau dich.